Mein Name ist Marc Peterreit, ich bin Inhaber der Firma LS Solar in Schleiden-Gemünd. Wir haben uns für den Wochenspiegel Marktplatz entschieden, weil wir finden, dass wir hier in der Region ein gutes Marketing benötigen, um bekannt zu sein. Wir finden die Vermarktungsform auch mittels Facebook sehr spannend und attraktiv für uns als Präsentationsvideo. Wir finden auch, dass unsere Produkte da perfekt reinpassen. Wir machen Energiekonzepte mit Photovoltaik, mit Infrarotheizung und Wärmepumpe in Kombination. Dies dient der energetischen Unabhängigkeit, weniger abhängig von Stromversorgern oder Energieversorgern generell. Das ist so unser Schwerpunkt und wir zeigen das hier in Schleiden-Gemünd Marienplatz und freuen uns auf Ihren Besuch.